Hallo, wir sind hier heute im Ibis Duisburg Hauptbahnhof. Ich bin am Wochenende auf einer Veranstaltung in Essen und weil das Hotel hier doch um einiges günstiger war als in Essen habe ich mich hier in Duisburg eingebucht. Das Hotel liegt wirklich direkt am Hauptbahnhof, also für die Bahnreise ganz gut zu erreichen. Wenn wir reinkommen ins Zimmer, gleich rechts kleine Kommode, Kleiderschrank ähnlich. Dann geht es rechts ins Badezimmer. Toilette, Waschbecken, Dusche, hier ist alles vorhanden. Das Zimmer selbst ist jetzt nicht wirklich groß, aber zum Schlafen, wenn man wirklich nur wie ich zum Schlafen hier bin, auch vollkommen ausreichend. Ausgestattet mit einem echten Sweetbett bei Ibis. In dem kann ich persönlich wirklich recht gut schlafen. Am Fenster ein Tisch, noch eine kleine Sitzecke, Stuhl vorhanden. Fernseher ist vorhanden. Zwei Steckdosen finden sich direkt neben dem Bett. Ist eigentlich so auch vollkommen ausreichend. Kleiner Schrankbereich vorhanden. Fenster geht in dem Fall nach hinten raus. Ist jetzt eh dunkel, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, das Bett nochmal. Zu meinem Ganzen. Ist nicht groß, aber ich habe jetzt hier ohne Frühstück bei einem Sonderangebot 37 Euro pro Nacht bezahlt. Das ist absolut fair. Da habe ich zu diesem Preis definitiv nichts zu meckern. WLAN ist hier auch kostenlos dabei. Ja, das war es dann schon. Das Ibis in Lüßbau Hauptbahnhof. Los geht's nehmen!